Seit 1989 testet Profi leistungsstarke Erntemaschinen. Seit 1989 nimmt Profi auch regelmäßig die Neuheiten der Schlepperhersteller unter die Lupe. Und seit 1989 berichtet Profi über manchmal extrem anmutende Neuentwicklungen. Doch kümmert sich das Profi-Team nicht allein um ES-starke Boliden. Viele Profi-Leser sind nämlich auch Nutztierhalter. Für sie testet Profi ebenfalls regelmäßig Maschinen wie Ballensammelwagen, elektrisch betriebene Hoflader, E-Futter-Mischwagen oder Akkukleingeräte für die Grünpflege am Hof. Profi berichtet auch über Maßnahmen zur ASP-Vorsorge, stellt pfiffige Anbaugeräte für die tägliche Arbeit vor und berichtet über Technik, die zu einem besseren und gesünderen Stallklima führt. Wir haben für Sie in unserem Profi-Archiv gestöbert und einen kleinen Film mit ausgewählten Maschinen und Geräten für die Arbeit im Stall und auf dem Hof zusammengestellt, über die wir schon mal berichteten. Viel Spaß beim Gucken! Der älteste Filmstreifen am Ende dieses Clips ist übrigens aus dem Jahr 2009. Dabei ist die Technik von damals aktueller denn je. Schon eine Idee, was es sein könnte? Lassen Sie sich überraschen! Und nun nochmals viel Spaß beim Anschauen unseres Trailers mit Maschinen und Geräten, die wir schon einmal im Heft hatten. Bis zum nächsten Mal. Übrigens, speziell für Landwirte mit Rinder- und Schweinehaltung, rief Profi im Jahr 2000 zur Eurotier die Rubrik Veredelungstechnik ins Leben. Seitdem berichten wir jeden Monat über Melkroboter, Systeme zur einfacheren Tierüberwachung oder neue Fütterungssysteme für die Milchvieh- und Schweinehaltung. Neugierig geworden? Dann sprechen Sie uns doch gerne an, wenn Sie ein Probeexemplar unseres neuen Profi-Hefts wünschen. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020